In der Show-Lounge läuft die Probe für die heutige Abschiedsvorstellung. Doch es hapert noch am gemeinsamen Abgang. Entertainment-Manager Alex bleibt aber optimistisch. Die Fairlight Show ist für uns immer was ganz Besonderes, weil da alle Künstler der Reise nochmal zusammenkommen, gemeinsam etwas machen und zum Schluss sich verabschieden. Das ist immer sehr wuselig. Wir haben relativ wenig Zeit, diese Situation zu stellen. Ich hab's ja in der Form auch noch nicht gemacht. Deswegen ist das spannend. Neben dem Show-Ensemble der Grand Lady und den anderen Gastkünstlern müssen auch die Jungs vom Boxclub ran. Die sechs Sänger nehmen die Schlussprobe aber sehr gelassen. Hier, Boxclub! Das sieht vielleicht von außen aus, als müsste man es groß proben, aber ich glaube, es ergibt sich, wir werden ja angesagt, dann wissen wir, wo wir hingehen sollen, danach ist es keine große Hexer. Ich freu mich da jetzt drauf auf die letzte Show. nochmal mit den Gästen zu feiern und die Reise hat uns allen sehr, sehr Spaß gemacht und ein bisschen Wehmut auch dabei, dass es jetzt zu Ende ist. Im Gegensatz zur Probe, die noch immer nicht rund läuft. Jetzt hat er Show-Band! Die kommt dann natürlich von der Seite, ja? Die kommen dazu. Die kommen dazu. Zeit, dass Künstlerchefin Katrin Wiegmann endlich dazukommt. Ihre Gastkünstler dieser Reise! Pepe Alvarez und Victor Castor! Sofort nimmt sie das Zepter in die Hand. Okay, lass uns das mal kurz aussehen, ob wir es schaffen, dass wir in eine Reihe kommen. Die Zahl der Leute variiert natürlich jedes Mal. Jetzt haben wir den Boxclub dabei, es sind so viele. Also ich hoffe, dass heute Abend alle wissen, wo sie hin müssen. Und ich denke, sonst wird der Gast uns das auch verzeihen, wenn das vielleicht an die Einleuchstelle nicht ganz perfekt ist oder nicht ganz schön aussieht und sich freuen, dass einfach alle nochmal zusammen auf der Bühne stehen. Also nochmal von vorne. Ja, liebe Gäste, das war für Sie unsere Fairway Ghana, bla 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 bla. Auch für die sechs Jungs vom Boxclub ist es das letzte Auslaufen. Morgen geht's wieder nach Deutschland. Die Sänger blicken zurück auf eine turbulente Zeit. Es war geil! Es war für uns alle ein Abendröhner. Aber Erholung war es nicht wirklich. Nein! Also jeden Tag Vollgas und Tun und Machen, es war toll. Das bedeutet, wir müssen wiederkommen, um uns dann zu erholen. Ja, perfekt. Auf der NOC verabschieden sich auch Christian Baumann und sein... ...so eine intensive Zeit war. Das ist aber nicht. Die sechs Sängern vom Boxclub geht es da ähnlich. Sie waren zwar im Vergleich zum Showensemble nur knapp drei Wochen an Bord, haben diese Zeit aber auch intensiv privat nutzen können. Ich habe es total genossen, dass die Jungs dabei waren. Wir haben halt immer eine gute Zeit zusammen. Und die sind wie schon raus. Wir sind frei und auch Musik machen. Und noch die Welt sehen. Das ist das Geilste, das es gibt. Und ich hoffe, dass wir wieder zurückkommen und dann wieder mal so eine Reise machen dürfen. Das war der erste Urlaub, den wir so lange gemeinsam gemacht haben. Ja, und ich freue mich schon auf den Nächsten, was soll ich sagen. Aber vorher werden sie die Grand Lady noch mal richtig zum Schaukeln bringen. Die Abschlussgala beginnt. Hinter der Bühne sind schon alle Künstler bereit. Sie vergrüben mit dem Boxclub. Die sechs Alpenpopper machen auf der Bühne den Anfang. Torsten und Iris sind von ihren singenden Freunden begeistert. Mit ihrem Mix aus Volksmusik und Pop kommen sie nicht nur bei den Aschenbrenners gut an. Sondern auch bei allen anderen Gästen der Showlounge. Und der nächste Act steht schon bereit. In erster Linie erleichtert. War ganz okay, ja. Aber man darf auch nicht vergessen, wie lange wir schon da sind. Und da darf man auch nicht so selbstkritisch sein, wenn dann mal ein kleiner Ton daneben geht. Natürlich möchte man immer, dass es perfekt ist. Aber wir sind nun mal schon so viele Monate hier. Und super gelaufen. Ich kann zufrieden sein und alle anderen auch. So geht es in diesem Moment auch ihrem Kollegen Andreas. Nur für Johanna hat er Abschied von den Kollegen. In der Showlounge ist die Vorstellung zu Ende. Und alle Künstler kommen noch einmal auf die Bühne. Hoffentlich klappt jetzt, was sie nachmittags geprobt haben. Und nicht zu vergessen, unsere sechste Bibel, der Rosso. Das klappt doch ganz gut. Die Künstler. Unter dem Applaus der Zuschauer verlassen alle Künstler auch der Voxclub die Bühne. Wenn man so ein paar Auftritte von ihnen gesehen hat, ist es immer wieder schön, sie live zu sehen. Weil irgendwie machen die echt gute Stimmung. Und es macht irgendwie Spaß. Auch wenn sie aus Bayern kommen und wir aus dem Rheinland. An Bord ist es auch für Iris und Thorsten Zeit, sich zu verabschieden. Sie drücken auch mal ihre neuen Freunde vom Boxclub und Familie Aschenrenner. Vielleicht trifft man sich ja mal wieder. Klar, wir haben uns schon vorgenommen, den Kontakt zu halten. Weil es hat sich doch die ein oder andere Freundschaft eben ergeben. Und wir hoffen natürlich schon, dass wir ein bisschen in Kontakt bleiben. Vor allem Hansjörg Aschenrenner fällt das Abschiednehmen schwer. Ich bin schon ein wenig traurig, weil gerade jetzt mit der Verabschiedung, das Abschiednehmen ist immer nicht schön. Und vor allem mit den Jungs da vom Ding, das war echt so super. Und das ganze Schiff, das ganze Flair und das alles, innerlich blutet mein Herz schon stark. Aber ich freue mich jetzt schon auf zu Hause auch wieder und auf die ganzen Lieben, die daheim geblieben sind. Und der Boxclub. Ich habe am Anfang der Reise gesagt, ich weiß nicht, ob es was für mich ist. Und ich fand es aber sehr beeindruckend, das Menscheln hier. Also das war super. Die Leute, die am Schiff fahren und dieses Miteinander. Das war sehr beeindruckend und sehr schön, dass das so gut funktionieren kann. Was wir nicht vergessen dürfen, ist das Konzert, was wir geben durften. Ich glaube, das hat uns alle erst mal sehr überrascht, dass das so gut ankam und dass das irgendwie so gut rüberkam. Und wir unsere Musik hier, glaube ich, nochmal den ein oder anderen neuen Fan dazu gewonnen haben. Leka, aus! So also verabschieden sich die alten Popper, wenn sie eigentlich nur sagen wollen, schön war's.